Lasst mich euch verraten, warum ihr Sengoku Dynasty spielen solltet. Sengoku Dynasty verbindet Rollenspiele in einer offenen Welt, stellt der Bau- und Lebenssimulation mit Survival-Elementen meisterhaft zu einem epischen Erlebnis. Gestaltet euer Dorf und beobachtet, wie es von einer kleinen Siedlung zu einer blühenden und gedeihenden Gemeinschaft heranwächst. Sengoku Dynasty bietet einen immasiven Einblick in das Leben im mittelalterlichen Japan. Erlebt die Schönheit der Natur, nehmt an alten Ritualen teil und überlebt wechselnde Jahreszeiten. Wählt euren Weg als Anführer, Handwerker, Krieger oder Mönch und bereitet euch auf eine epische Reise in den fernen Osten vor. Verwandelt euren Charakter von einem einfachen Bauern in eine einflussreiche Persönlichkeit von Rang und Namen. Spielt alleine oder im Koop-Multiplayer und erkundet eine atemberaubend schöne, offene Welt, während ihr Rohstoffe sammelt, Gegenstände herstellt, jagt, baut und den Boden bestellt, um eure wachsene Dorfgemeinschaft zu versorgen und zu unterstützen. Aber das ist noch nicht alles. Mit der Version 1.0, die noch dieses Jahr erscheinen wird, werden wir umfangreiche Kampffunktionen, ein Dynastiesystem, Banditenlager, saisonale Quests und Ereignisse, ein Charakter-Editor und noch mehr Endspielinhalte hinzufügen, die das Wesen des mittelalterlichen Japans perfekt einfangen. Holt euch jetzt Sengoku Dynasty und stürzt euch sofort ins Abenteuer. Kampffunktionen